Die Insel Java. Ein tropisches Juwel inmitten des Indischen Ozeans, gewissenhaft verwaltet durch akribische niederländische Bürokratie. Wir schreiben das Jahr 1870 und die Kolonie befindet sich im Umbruch. Neuerdings ist es Privatpersonen erlaubt, Ländereien zu pachten und Plantagen zu bewirtschaften. Das fruchtbare Land bietet ideale Bedingungen für den Export zahlreicher Kolonialwaren. Auf zu einem exotischen Erlebnis. Niederländisch Indien. Gewiss das vortrefflichste Kolonialreich unter der Sonne. Voll mit köstlichen Früchten und wohlfeilen Arbeitskräften. Du stehst im Dienste der Kolonialverwaltung. In der Ingenieurskunst hochbegabt bist du berufen, das hiesige Transportwesen zu reformieren. Komplettiere diese Aufgabe zur Zufriedenheit der Krone. Dann winkt dir vielleicht gar der Gouverneursposten. Mit dem Blick. Transport ist eine sehr gefragte Dienstleistung auf diesem wenig zivilisierten Eiland. Es ist bei Strafe verboten, Zugtiere wie Ochsen zu essen. Deshalb hatte ich die Kolonialverwaltung beauftragt, eine Eisenbahn zu bauen, auf das die Plantagenwirtschaft prosperiere. Der köstliche Kaffee soll aus dem fruchtbaren Hinterland zwecks Verarbeitung in dem Betrieb nahe der Stadt befördert werden. Wer weise und wohlfeil bauen will, vermeidet unnötige Steigungen. Nimm die erforderlichen Vermessungsarbeiten vor. So, jetzt erstmal wirklich hallo und willkommen zurück zur zweiten Mission des ersten Kapitels von Transport Fever. In den Tropen, den niederländischen Antillen. So, wir gucken uns mal an das Höhen-Diagramm. Errichte eine Strecke von der prosperierenden Plantage durch das tückische Terrain bis zur Verarbeitungsfabrik, wo die Kaffeefrüchte geschält werden. Ja. Achso, ich wollte gerade sagen, da ist doch schon eine Strecke. Aber gut. Also, hier müssen wir durchbauen. Kriegen wir hin. Haben wir denn hier einen Anschluss? Hier ist ja gar kein Anschluss. Gut, dann müssen wir vielleicht auch erstmal einen Güterbahnhof, Kopfbahnhof bauen. So. Mit dem starten wir mal. Und jetzt dann mit dem Höhen-Irät. Oh Gott, ich erkenne überhaupt gar nicht, wo es wirklich eben ist. Aber ich denke, hier sind wir ganz gut aufgehoben. Ein Depot tut Not. Ähm... Ein Depot. Achso, ein Zug-Depot. Ja. Gott, alter, ich will gerade sagen. Was will er mit dem Depot? Äh... Ja, wo machen wir das hin? Komm, setzen wir uns hier ran. Ich bin, wie gesagt, kein Fan davon. Die so zu bauen. Oh Gott, ich hoffe, dass das geht. Kann ich jetzt hier so parallel rauf? Platzmäßig sieht es ja ein bisschen schwierig aus. Ja. Ah, scheiße, komm, zu groß. Okay, das geht trotzdem. Erwerbe käuflich eine komplette Komposition, samt Lokomotive und Waggons. Okay, also, zukaufen. Äh, die Borsig oder die One? Wie viel Geld haben wir denn? 50 Millionen. Leistung. Gut, dann holen wir uns gleich die teurere. Und holen uns einen Cargowagen. Beziehungsweise vier. Nun können die Kaffeefrüchte aus den Plantagen auf den Weg zur Weiterverarbeitung verbracht werden. Jupp. Neue Linie haben wir. Und der ist auch schon auf Linie 1. Ersteller eine Linie und die Kaffeefrüchte. Okay, haben wir. Alles gut. So, ja, du bist jetzt hier natürlich erstmal unbrauchbar. Aber du wirst schon rüber gehen. So, Bonusaufgaben weiß ich noch nicht. Müssen wir uns angucken. So, was ich auf jeden Fall schon sagen kann, das nächste ist, den fertigen Kaffee in die Stadt zu bringen. Das ist dann, ja, mehr oder weniger der zweite Schritt, um die Zufriedenheit der Bevölkerung zu erhöhen. Also wir sind immer noch so ein bisschen im Tutorial, wie wir sehen. Alles easy. So, Kaffeebohnen, super. Schön, dass Semarang gar keine Waren möchte. Ja, Zuckerrohr. Also muss dann auch irgendwie nach hier hinten kommen. Müssen wir mal schauen. Hier gibt es ja auch so eine Abzweigung. Hier, guck mal. Das ist, glaube ich, auch nicht ohne Grund. Da werden wir bestimmt von hier hinten hier rauf fahren müssen, um dann mit Signalen zu arbeiten. So, da kommt der Zug. Voll beladen, hoffe ich. Jawohl. Und bringt die ersten Kaffeebohnen zu der Kaffeebohnen, oder? Sieht gar nicht da, was das ist. Ja, aber es sollten Kaffeebohnen sein zum Ziel. Welch eine superbe Bahn. Sie leistet den hiesigen Plantagenpächtern wahrlich wertvolle Dienste. Frisch vom Felde gelangen die Früchte Flux zur Fabrik. Von dort muss der köstliche Kaffee der Kolonie in die Kontore der Hafenstadt verbracht werden. Zum Zwecke des Exports. Das sollte man nicht den hiesigen Tagelöhnern überlassen. Zu gemächlich, zu ineffizient, zu unzuverlässig. Damit der vorzügliche Kaffee unbeschadet in die Stadt gelangt, erfordert dies eigens errichtete Stationen. Die sich notfalls auch vor plündernden Horden bewachen lassen. Baue ich hier eine LKW-Station? Ja. Alter, er hat da ein super Bild von den Leuten, die hier wohnen. Hallo? Oh, hier muss ich aber dann doch nochmal ein Gebäude mindestens abreißen. Gucken, ob es auch bei einem bleibt. Ja. Sollte hoffentlich bei einem nur bleiben. Hallo? Ja, wir brauchen natürlich hier noch ein Depot. So, erstmal eine neue Linie. Also, von hier nach hier. Ich sollte auch eine neue Linie anklicken. Jawohl. Dann holen wir uns, würde ich mal sagen, vier Wagen. Obwohl, kipp mal, Kapazität haben wir sogar schon größere hier. Ich weiß gar nicht, was hier der Unterschied sein soll. Plane oder Pritsche? Machen wir mal Plane. Linie zwei. Die Fabrik findet sich nun in der erbaulichen Lage, verarbeiteten Kaffee in die Stadt schicken zu können. Damit sie ein erklägliches Wachstum erfährt, müssen ihre Erzeugnisse eine kaufkräftige Klientel erreichen. Genau. Und da machen wir dann quasi los. Eingefund. Oh wehe, dein kompletter Lokomotivführer Lukas. Scheint wie vom Erdbund verschluckt. Oder was von... Oder wem. Auch immer. Nun, dein Ersatz tut Not, ja. Ob jemand, der eingeboren in dieser diffizilen Aufgabe gewachsen ist? Einige Ansässige zeigen Interesse daran, die überaus noble Profession des Lokomotivführers zu erlernen. Es bedarf einer Übungsstrecke zu Ausbildungszwecken. Derweil nähren Indizien horrible Gerüchte über die Ernährung der indigenen Sippen. Errichte mit zwei kleinen Bahnhöfen und einem Depot. Aha. Ähm. Okay. Wie soll jetzt einfach aus Jux und Dotterei hier einfach ein... Oh, ich weiß gar nicht, ob der zählt. Ich hau es mal. Okay, ich mach das jetzt einfach so, wie ich Lust und Laune hab. So, und dann hauen wir jetzt noch ein Depot ran. Damit potenzielle Passagiere nicht sofort verschreckt werden, muss das korrekte Führen des Fahrzeugs erst einmal praktiziert werden. Derweil erreicht dich die schwerverdauliche Kunde, dass deine Fachkraft einem blutrünstigen Kannibalenstamm zum Opfer gefallen sein soll. Äh, okay. So, wir kaufen eine Lokomotive. Gut, wir haben ja genug Geld, da können wir die teure kaufen. So, und die lasse ich jetzt einfach sinnlos vor- und zurückfahren, ja. Dann lasse ich jetzt hier auf der Teststrecke mindestens 1500 Meter fahren. Ähm, okay. Ach, da steht's ja. Wollte grad sagen, wie wird das jetzt berechnet. So, statt beliefern. Gut, da müssen wir auch noch warten. Dank deiner zuverlässigen Lieferungen funktioniert die Fabrik völlig formidabel. Allerdings wäre sie sehr wohl in der Lage, weit mehr, ja geradezu kolossale Kapazitäten an Kaffee zu verarbeiten. Du solltest erwägen, das Transportvolumen zu vergrößern. Denn Kaffee aus der Kolonie ist in den Salons des Kontinents eine überaus gefragte Ware. Ein Zug reicht nicht aus, um die Fabrik angemessen mit Kaffeefrüchten zu versorgen. Damit ein zweiter Zug die Strecke befahren kann, ist eine Ausweiche vonnöten. Das hab ich mir nicht schon fast gedacht. Die Züge sollten in der Ausweiche aufeinander warten. Dies erfordert das Setzen von Signalen. Zur absoluten Auslastung der Anlage bedarf es einer weiteren Komposition. Okay, also zweiter Zug. Mit Kaffeebohnen. Und der geht auf Linie Nummer 1. Wo die Kaffeeproduktion gedeiht, erblühen auch Wirtschaft und Wohlstand. Dank der Eisenbahn ist die Hafenstadt Surabaya zum lebendigen Umschlagplatz für zahllose Güter und Dienstleistungen geworden. Allerlei Volk aus allen Winkeln der Insel möchte hier gewinnbringende Geschäfte tätigen. Deshalb hatte ich die Kolonialverwaltung beauftragt, eine Passagierlinie von Semarang nach Surabaya einzurichten. Zeit, eine Strecke zu errichten, die bald schon die wichtigsten Handelsknotenpunkte in Jawas Osten verbinden wird. Okay, verbinde Surabaya und Semarang mit einer Zuglinie. Gut, wir wollen aber erstmal den Lok fahren lassen, weil da sind wir nämlich jetzt auch durch. Frohe Kunde, der Lokomotivführer ist heil zurückgekehrt. Während du ihn in den Mägen von Wilden wähntest, hat er sich indes unverblümt im Urwald vergnügt. Solcherlei Verfehlungen kannst du natürlich nicht dulden und musst den guten Mann leider entlassen. Hm, das ist ja ärgerlich. Okay, ähm, kann ich jetzt hier bitte mal das wieder alles abreißen? So, ich weiß nicht, ob noch irgendwas übrig ist. Jetzt dürfte aber alles weg sein. Okay, so, Teststrecke erledigt. Achso, und Linie 3 bitte wieder löschen. So, da oben, das geht dann hoffentlich auch weg. So, wir bauen eine neue Linie. Eine Zuglinie sollen wir bauen. Mit einer Zuglinie für Passagiere. Also, Kopfbahnhof für... Personen. Es gibt einen... Ja, da. So, äh, genaue Strecke müssen wir uns angucken. Bin ich mir selber noch nicht so ganz sicher. Da geht's auf jeden Fall lang. So, dann machen wir jetzt mal das Höhenmeter. Naja, es macht Sinn, hier durchzugehen. Oder ich geh' am Wasser lang. Also, gut, wir müssen trotzdem jetzt hier irgendwann hochkommen. Und jetzt dann hier durch. Und dann auch die Strecke. Die Bahn ist vollendet, die Neugierde groß. Nun wird sich zeigen, ob der Passagierverkehr tatsächlich ein lohnendes Unterfangen ist. Tja, das wird sich zeigen, hoffentlich. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich knall mal einfach die... Das Depot hier hin. Ein formidables Unternehmen wie deines erfordert eine angemessen exquisite Niederlassung. Und du bist schließlich nicht irgendwer. Genau, zustimmen. Errichte eine repräsentative Residenz, die auf dem ganzen Eiland ihresgleichen sucht. Machen wir gleich. So, wir machen erstmal ganz kurz hier. Personenwagen. Geld haben wir. Ähm, Linie 3 natürlich. Errichte das Hauptquartier an deinem Ort deiner Wahl. Okay. Wie mache ich das? Baue ein Hauptquartier. Hauptquartier. Bauen. Ähm, okay. Warum ist das Fenster hier noch? Fragen Fuchs. Keine Ahnung. Wo war das denn bauen? Hier vor ein Berg. Oder hier vorne hin. Hier können wir es auch hinbauen. So, ein kleines bisschen verschieben. Muss das eine Anbindung an die Straße haben? Ein wahrlich attraktives Anwesen, doch trübt die Freude eine veritable Plage. Schlangen haben das Gebäude okkupiert. Man munkelt. Man munkelt eine weise Alte Wisse, wie du dich der Schlangenplage in deinem Gemäuer entledigen kannst. Sie soll in Surabaya zu finden sein. Na dann hören wir uns doch mal die Schlangen-Uschi an. Die Alte meint, sie wissen nichts. Doch du solltest es bei ihrem Vetter in Semarang versuchen, der sich auf die Kunst des Schlangenbeschwörens versteht. Natürlich. Der Schlangenbeschwörer tat Kunt, du hättest wohl bei deinen Projekten die mächtige Schlangengöttin erzürnt. Da könne nur die Schlangenpriesterin vom Mount Merapi Abhilfe schaffen. Mount Merapi. Ach, hier wohnt ja wirklich jemand. Da ist der Tempel. Hallo. Leute, ich sehe den Tempel. Die Priesterin hat gesprochen. Nur wenn du der großen Schlangengöttin ein Opfer darbringst, wird sie ihre Kinder zurückrufen. Kaffee, so hat die Priesterin prophezeit, vermöge die Gottheit gewiss milde zu stimmen. Okay, also da müssen wir einen kleinen Weg nach oben bauen. Zu der Schlangen-Uschi. So, einmal hier quer durchs Gemüse. So, okay, da müssen wir mal einen... Wie viel muss ich denn verkaufen? Steht da nicht. Wir kaufen einfach mal einen. Ah, du kriegst mal eine neue Linie. Und zwar von hier... Ach, scheiße. Warte mal. Bus, Tram, LKW-Ladestation. So, ist das Fahrzeug noch da? Ja. Neue Linie. Ah, okay. Ja, wird eh gelöscht. Ist jetzt nur für die Nebenmission. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel die will. Die Schlangen-Queen. So, sind das jetzt hier? Ah, okay. Zwei... Drei Personen an Bord. Ja, okay, aber Bevölkerung steigt. Ich habe übrigens überhaupt nicht nachgedacht, wo die Menschen wohnen. Ich bin nämlich jetzt hier schön im Industriegebiet und bringe die Leute schön ins Industriegebiet. Also, naja. Nicht so erfolgreich, diese Idee. Aber hier gibt mal 171. Also, Bevölkerungsanzahl in Surabaya muss auf jeden Fall demnächst richtig nach oben schießen. So, ist der schon unterwegs? Alter, willst du mich verarschen? Wieso hast denn du die an Bord? Wie kann ich das bearbeiten? Aber ich will, dass du... Warte mal, habe ich das falsche Dings gekauft? Nee. So, und ihr transportiert mir bitte. Warum hast denn du das an Bord? Das ist doch Quatsch. Man konnte es irgendwo verarbeiten... äh, ändern. Zustand ist mir egal. Ersetzt... Nee, Wartung... Auch nicht. Farbe ist mir auch so weit von egal. Fahrzeug verkaufen will ich auch nicht. Ah, Linie zuweisen. Nee. Ach man, irgendwo konnte man das ändern. Alter, was ist jetzt los? Hallo. Ich habe irgendwas geklickt. Ah, okay. Mittellem Austausch. Umbenennen. Konfigurieren. Also hier kann ich es aber noch ausbauen. Das ist natürlich auch geil. Kaffee-Bohnen. Kaffee-Bohnen. Ah, okay. Jetzt nehmen sie doch Kaffee-Bohnen mit. Oh, keine Ahnung, warum das Feuer nicht ging. Oh, kipp mal. 24. 24. Na ja. Na ja. Ist nicht das erfolgreichste, ne? Ah, dann müssen wir kontrollieren, ob das dann wirklich Plus oder Minus macht. So, das macht auf jeden Fall Plus. Das funktioniert hier auch mit den beiden Zügen, ja? Ja, müsste eigentlich. So, der müsste jetzt anhalten, genau. Dann kommt von der anderen Seite der andere Zug. So, los geht's. Jawohl, sehr schön. Läuft. Oh, weh. Es rumort im Inselinneren. Der mächtige Vulkan Merapi droht auszubrechen. Dieses Phänomen wurde bei der Streckenplanung nicht kalkuliert. Die Eingeborenen behaupten, man habe wohl irgendeinen ihrer Götter erzürnt. Wie dem auch sei, wenn die wertvollen Kaffeefrüchte auch künftig mit der Bahn befördert werden sollen, muss unabdingbar etwas unternommen werden. Okay. Es erscheint lohnend, die Infrastruktur zu entfernen. Soll sie nicht unter Asche und Lava begraben werden. Schicker Zügen-Zepot. Okay. Jut, jut, jut. Kriegen wir hin. So, ganz kurz ein Segen. Welch ein Segen. Dein schmuckes Domizil ist neuerdings erquicklich schlangenfrei. Okay, sehr schön. Erledigt. So, den lassen wir ganz kurz hier durchrammeln. Können dann aber schon... Damit die Kaffeeproduktion für dahin ihren Fortgang nehmen möge, sollte die Trasse in ein Gebiet verlegt werden, von dem anzunehmen ist, dass die zu erwartenden Eruptionen es verschonen. Entferne Gleise und baue sie außerhalb neu. Okay, also Kopfbahnhof für Güter. Muss überhaupt nicht schön sein. So, und jetzt machen wir uns hier wieder das Höhenmessgerät an. Und ziehen uns dann hier die Trasse durch. Die Gefahr ist gebannt. Der Transport kann wieder aufgenommen werden. Der Vulkan macht überdies Anstalten, sich wieder zu beruhigen. Vielleicht war die Verlegung der Wegstrecke dennoch weise. Das fruchtbare Eiland hat weit mehr zu bieten als Kaffee. Die Witwe eines befreundeten Pflanzers, möge der arme Tropf in Frieden ruhen, baut neuerdings Zuckerrohr an. Macht die Dame glücklich, indem du ihr deine Dienste angedeihen lässt. Na, aber sehr gerne. Der Zucker muss zur Stadt befördert werden, von woraus er verschifft und so dann an kontinentaleuropäischen Kaffeekränzchen kredenzt wird. Aha, 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 aha. Okay, ähm, also bauen wir eine neue Strecke. Natürlich, bauen wir eine neue Strecke. Wie gesagt, muss nicht theoretisch dran sein. Muss ja die Straße eigentlich hier. So, und jetzt Gleise. Okay, so, jetzt muss ich mit Signalen arbeiten. Jetzt bin ich... Okay, so, neue Linie. Von da nach hier. Und wo ist der andere Zug? Hier, warte mal. Du musst bitte Linie 4 jetzt. Ne, warte mal. So, Zug, Linie 4. Okay, so. 2, 4, 6. Wie ist hier noch drin? Ach so, ja, hier übrigens ihr. Das können wir mal wieder abreißen. So, auch wieder schauen. Also, 2, 4, 6. Und dann holen wir uns nochmal neue Fahrzeuge. Und ihr seid für Linie 2. So, in der Hoffnung, dass dann jetzt auch das Zuckerrohr kommt. Du, äh, du, hier macht der alles, ne? Okay, jetzt habe ich das Problem, dass leider kein Kaffee mehr ankommt. So, da kommt wieder Zucker. Äh, Zucker. Dingsdinger. Dingsdinger? Na, wie heißen sie denn? Wie viel können denn eigentlich maximal transportiert werden? Also, ich finde ja viel so ein Anhänger ein bisschen läppsch. Ah, wie kann ich das erweitern? So, wir lassen es einfach mal im Hintergrund weiterlaufen, damit ich die letzte Nebenmission auch hinbekomme. Wie kann ich denn den bearbeiten? Ach, hier. So, und dann auf Linie 1 wieder. So, jetzt müsste der erste Zucker auch hier sein. Nein, warum ist kein Zucker gekommen? Warum hast du gar keine Waren an Bord? Terminal-Diagramm. Ja, na gut, ich mache das jetzt offscreen weiter. Ähm, wir sehen uns dann morgen zur nächsten Folge wieder. Mission Nummer 3. Ähm, irgendwas stimmt hier noch nicht. Ich bin mir aber noch nicht sicher, was... Gut, aber kriegen wir hin. Oder kriege ich hin. Und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Mission wieder. Haut rein, Menelie.